Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Power BI Desktop zwei flexibel wählbare Perioden miteinander vergleichen kannst, sowohl in Form von Zahlen in einer Matrix, als auch innerhalb eines Liniendiagramms. Schauen wir uns die Lösung zunächst an, bevor ich zeige, wie ich da hingekommen bin. Die Frage kam von Meli auf, der unter eins meiner YouTube Videos geschrieben hatte, dass er mit dieser Aufgabe gerade als Werkstudent in dem Unternehmen betraut wurde, für das er arbeitet. Und da habe ich natürlich gesagt, da kann ich helfen oder da möchte ich helfen. Und ich hoffe, dass ich seine Aufgabenstellung richtig verstanden habe, denn wir haben nur per E-Mail kommuniziert und haben es nicht geschafft zu telefonieren. Aber selbst wenn es nicht so wäre, ich glaube, dass dieses Szenario dennoch hilfreich ist. Schaut mal hier. Wir haben hier zwei Slicer. Einen Slicer, der die aktuelle Periode abbildet, Periode eins. Und hier haben wir die Vergleichsperiode, die wir eben über diese Schieberegler hier oder diese Bubble eben einstellen können. Geschehen soll folgendes. Der eine Slicer soll sich auf die Periode eins ja auswirken, der andere auf die Periode zwei. Und dann wollen wir hier hinten eben noch zwei Abweichungen haben. Einmal die absolute und einmal die prozentuale Abweichung. Darüber hinaus war die Aufgabenstellung, ich roll mal ein bisschen raus, beide Zeiträume eben auch in Form eines Liniendiagramms zu haben. Und es war explizit gewünscht, dass die Zeiträume für beide Perioden völlig flexibel und tagesgenau definiert werden kann. Damit ja eben genau die Zeiträume betrachtet werden können, die sinnvoll sind für dieses Business Szenario. Schauen wir uns in der Datei, in der die Lösung noch nicht existiert, an, wie ich das tun würde. Einmal kurz wechseln. Genau. Die Basis für die ganze Geschichte sind sicherlich die eigentlichen Daten. Und die lagen mir nicht vor, aber ich mache das jetzt hier mal so simpel, wie es irgend geht. Wir haben eine Spalte mit Werten, was auch immer das sein mag. Und wir haben eine Spalte mit Datumszuordnung für den jeweiligen Wert. Denn wir wollen ja Zeiträume miteinander vergleichen. Also musste ja auch irgendwie eine zeitliche Zuordnung drin sein. Um das Ganze im Report nachher vernünftig steuern zu können, dass wir zwei Perioden miteinander vergleichen. Und selbst wenn wir nicht zwei miteinander vergleichen wollten, selbst wenn wir einfach nur hier in einem analytischen Report zeitbezogene Analysen machen wollten, brauchen wir ganz gewiss eine Kalendertabelle. Und für dieses Thema habe ich ja auf meiner Website, das hier ist sie, einen Artikel, der da heißt meine projekterprobte Kalendertabelle für Power BI und Power Pivot in Excel. Und wenn ihr darunter scrollt, seht ihr hier diese lange Funktion. Und wenn ihr da unten auf die Ecke klickt, könnt ihr sie euch rauskopieren. Ich klicke da mal rein und drücke STRG A, dann STRG C und wechsle wieder zurück in meinen Power BI Desktop. Hier in Power BI Desktop gehe ich auf Start und gehe auf Daten abrufen, um diese Kalendertabelle eben in Power Query, das was du eben gesehen hast, war eine Power Query Funktion, eben in Power Query integrieren zu können. Dafür muss ich mir eine leere Abfrage hinzufügen, wo ich jetzt zugegebenermaßen schauen muss, wo es die hier gibt. Da unten, ganz unten ist sie. Ich verbinde und es öffnet sich Power Query mit einer leeren Abfrage. Hier gehe ich unter Start auf den erweiterten Editor. Da gibt es schon so ein bisschen was Vorausgefülltes. Das schmeiße ich raus und ersetze es durch meine Funktion. So, das bestätige ich mit fertig und benenne die Funktion einfach der Vollständigkeit herber noch richtig mit FM Kalender. Und diese Funktion ermöglicht es mir jetzt eben eine Kalendertabelle zu erstellen. Und hier sagen wir mal, wir starten im Jahr 2015. Das hängt natürlich von den Basisdaten ab, wie groß die Kalendertabelle sein muss. Sie sollte natürlich den Bereich abdecken, der in der Fakten-Tabelle an Datumswerten vorhanden ist. Und wir gehen mal bis zum Jahr 2021. Aufrufen, fertig. Wir haben unsere Kalendertabelle. Da wir hier aber zwei flexibel wählbare Perioden miteinander vergleichen wollen, dann brauchen wir zwei Kalendertabellen. Deswegen kann ich die hier gleich mal kopieren. Rechtsklick drauf und duplizieren. Und diese nenne ich, damit man es nachher auch unterscheiden kann, Vergleichsperiode. Die Tabelle ist identisch, umfasst denselben Zeitraum, aber wir haben jetzt zwei davon. Ich klicke hier oben auf Schließen und Übernehmen, sodass diese beiden neu erstellten Tabellen eben jetzt ins Datenmodell im Power BI Desktop geladen werden. Da haben wir sie. Hier rechts tauchen sie auf. Und natürlich muss ich, um daraus ein richtiges Datenmodell zu machen, hier links in der Modellsicht erstmal dafür sorgen, dass sie auftauchen. So, da sind sie. Da sind sie beide. Ich schiebe sie eben hier mal zurecht. Und momentan ist es ja noch kein Datenmodell. Momentan sind es drei voneinander losgelöste Tabellen. Aber ich möchte auf jeden Fall die Beziehung zwischen der Datumsspalte in der Fakten-Tabelle und hier oben der Datumsspalte in der Dimension der Kalendertabelle herstellen. Da wir jeden Datumswert in der Fakten-Tabelle nur einmal haben, stellt das Ding jetzt hier eine 1 zu 1 Beziehung her. Das soll so nicht sein, sondern potenziell sind in der Fakten-Tabelle eben, ist eben jeder Datumswert mehr als einmal vorhanden. Deswegen muss ich dem Ding jetzt sagen, dass es von der Fakten- zur Dimensionstabelle eine Many-to-One-Relationship ist, also hier eine n zu 1 Beziehung. Und ich möchte die Kreuzfilterrichtung, also diese beiden kleinen süßen Pfeile, auch nicht auf beide haben, sondern auf einfach, um einfach für den Fall, dass wir nachher mehr als eine Fakten-Tabelle hätten, Probleme vorzubeugen, die sich durch diese Crossfilterung ergeben können. So, jetzt haben wir schon mal den Fall, ich wechsle mal in den Bericht, dass, wenn ich jetzt hier den Wert einfach mal einfüge, das machen wir mal als Karte, und mir hier oben aus der Kalendertabelle einfach mal das Datum hole als Datenschnitt, ich hier jetzt schon dafür sorgen könnte, dass sich dieser Wert verändert. Ja, kannst du sehen, der Filter greift. So, dann hole ich mir aus der bisher noch nicht verknüpften Vergleichsperiode ebenfalls das Datum, mach daraus auch einen Datenschnitt. Und wenn ich den hier bewege, siehst du, es hat keinen Einfluss auf den Wert, der hier unten steht. Warum ist das so? Weil gegenwärtig keine Beziehung zwischen diesen beiden Tabellen herrscht. Das ist ganz normales Verhalten von Power BI. Keine Beziehung, kein Weiterreichen der Filter. So, was ich jetzt unterstelle ist, dass dieses Modell irgendwann ja nochmal erweitert wird. Es wird wahrscheinlich nicht nur bei dem bleiben, was wir jetzt hier gerade vorsehen. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass die rechte Tabelle nur in Ausnahmefällen überhaupt filternd auf die anderen Zahlen wirkt. Denn im Normalfall werden wahrscheinlich die Leute alle mit dieser Kalendertabelle arbeiten. Nur im Falle dessen, dass eben diese beiden Perioden miteinander verglichen werden sollen, soll auch diese Tabelle hier greifen. Und deswegen ziehe ich hier auch eine Beziehung. Da haben wir jetzt das gleiche Problem. Es ist 1 zu 1 und hier diese Bidirektionalität. Das stellen wir erst mal um. Wir sagen auch hier N zu 1 und Single. Aber wenn ich jetzt in den Bericht gehe, dann siehst du, jetzt fließt hier der Filter und das ist auch alles toll und schön. Aber ich möchte, dass das eben nicht für jedes gängige Measure, ob implizit oder explizit funktioniert, sondern nur für die Measures, die wir gleich erstellen werden, die eben auch explizit mit dem Vergleich dieser beiden Perioden zu tun haben und nicht jede Zahl, die ich hierhin werfe, auf diesen Report. Deswegen entscheide ich mich dafür, diese Beziehung hier per Rechtsklick auf inaktiv zu setzen. Hier, indem ich hier den Haken rausnehme, der hier per Default drin war, sodass die Beziehung jetzt gestrichelt ist. Was bedeutet das? Es gibt eine Beziehung, aber sie ist inaktiv. Das bedeutet, der Filter kann wieder nicht mehr fließen. Egal, was ich hier bewege, er wirkt sich nicht auf alle Zahlen aus, sondern nachher nur auf spezielle Kennzahlen, die wir direkt mit DAX so definieren. Das ist jetzt erst mal eine Vorbereitung. Nimm es an dieser Stelle erst mal hin, bitte. Was wir als nächstes machen ist, da ich nie mit impliziten Measures arbeite, also nie Wertspalten in dem Bericht nutze, so wie ich es eben Quick & Dirty mal gemacht habe, um die Zahl zu zeigen, werde ich als erstes mal ein Measure schreiben in der Fakten-Tabelle, also Rechtsklick auf die Fakten-Tabelle, Neues Measure, das den Wert der Periode 1 abdeckt, also den Wert abdeckt, der durch die Datums-, durch die normale Kalendertabelle eingeschränkt wird. Ich sage mal, Summe, Wert, Periode 1 ist gleich und das kann eine ganz normale Summe sein über die Fakten-Tabelle. Ich formatiere das mal, damit man es besser sehen kann, hier als Euro und das Ding hole ich rein, nehme das mal als Matrix und hier kann man sehen, die 895.000 verändern sich, wenn ich hier oben an diesen Reglern drehe und die verändern sich nicht, wenn ich hier an dem zweiten Regler drehe. Und damit man die beiden Regler oder Slicer voneinander unterscheiden kann, würde ich empfehlen, sie hier eben auch umzubenennen. Das kann ich machen, indem ich hier rechts, da wo die Feldliste steht, per Doppelklick einfach den Namen des Feldes ändere. Hier würde ich sagen, Periode 1 und hier würde ich oben sagen, Vergleichsperiode oder Periode 2 ist an der Stelle egal. Hauptsache, die Nutzer wissen, welchen Zeitraum sie jetzt hier gerade verändern. So, jetzt geht es darum, ein Measure zu entwickeln, das eben nur auf diesen Slicer hier, also nur auf die Kalendertabelle der Vergleichsperiode reagiert und nicht auf die andere. Und dafür schreiben wir ein neues Measure, das da heißen wird, Summe der Vergleichsperiode oder Summe Werte, bleiben wir nochmal konsistent. Und hier will ich eben den Filterkontext modifizieren. Filterkontext ist alles, was filternd auf die Zahlen auf dieser Berichtsseite einwirkt. Und dafür nutze ich eine Funktion, die heißt Calculate. Und was will ich mit der machen? Ich will hier die Summe der Faktentabelle ermitteln, aber mit ein paar anderen Rahmenbedingungen. Erstens, ich möchte die inaktive Beziehung, die mit der gestrichelten Linie, die ja gegenwärtig zu keinem Filtereffekt führt, egal was ich hier oben in dem zweiten Slicer am Regler drehe, die Zahl unten ändert sich nicht, die möchte ich aktivieren. Für dieses Measure, nicht für alle Kennzahlen, die hier irgendwann mal auf dieser Reportseite landen. Und deswegen nutze ich hier, sofern mein Cursor da drin steht, kann ich das auch, Use Relationship. Und Use Relationship möchte die beiden Schlüsselspalten haben, zwischen denen die Beziehung existiert, die ich jetzt gerade zu aktivieren gedenke. Und das ist einmal in der Faktentabelle die Datumsspalte und dann einmal in der Vergleichsperiode die Datumsspalte. Und wenn ich das tue und jetzt die Calculate-Funktion einmal bestätige, dann kann ich mir dieses Measure reinholen und am besten hier reinholen. Und jetzt siehst du zumindest, dass hier schon mal ein Wert auftaucht. Ich gebe dem Ganzen nochmal das Euro-Format. Ein Wert auftaucht, der auf diesen Slicer hier reagiert. Aber gegenwärtig reagiert der Wert auch noch auf den anderen Slicer. Das soll er ja explizit nicht, weil der rechte Wert soll sich nur auf die Vergleichsperiode beziehen, der linke Wert nur auf die originäre Periode, sodass wir die beiden auch miteinander vergleichen können. So wirken die beiden Slicer gerade additiv. Das heißt, es wird in der Faktentabelle nach Werten gesucht, die beiden Filtern gleichzeitig genügen. Und wenn das zwei verschiedene Bereiche sind, also die sich nicht überlappen, zwei Datumsbereiche, die sich nicht überlappen, wird hier kein Wert ausgewiesen, weil sich die beiden Kriterien ausschließen. Und deswegen muss ich noch dafür sorgen, dass in diesem aktuell geschriebenen Measure der Filter, der von der ursprünglichen Kalendertabelle kommt, ignoriert wird. Und dafür gibt es eine Funktion, die nennt sich Remove Filters. Und hier kann ich sagen, dass von der Kalendertabelle im Prinzip alles ignoriert werden soll. Und in dem Moment, wo ich das hier definiere, achte mal hier auf die 643.000, ich nehme hier oben den Filter mal komplett raus, die 1,4 Millionen quasi, wenn ich hier am Regler drehe, sie verändern sich nicht, aber es verändern sich hier unten die Werte der Periode 1. Und hier oben, wenn ich hier den Regler bewege, dann ändert er die Werte für die Vergleichsperiode, aber die 481.000 bleiben hier konstant. Damit habe ich schon mal die Möglichkeit geschaffen, zwei unterschiedliche Werte für zwei unterschiedliche Zeitperioden zu generieren. Davon jetzt eine absolute und eine prozentuale Differenz zu kalkulieren, ist relativ easy. Ich gehe hier einfach drauf und sage, Delta, Periode 1 zu Periode 2, oder eben Vergleichsperiode. Da bilden wir eben die Differenzen dieser beiden Measures. Wie rum man sie bilden möchte, das muss man dann sehen. Ich definiere das jetzt so, dass wir von der Periode 1 die Vergleichsperiode abziehen. Ich bestätige das mit Enter, mache daraus auch Euro-Beträge und füge sie hier der Matrix hinzu. Und dann wollen wir das Ganze natürlich auch noch prozentual sehen. Und da bauen wir eben ein Delta Prozent ist gleich und dafür nehmen wir die Divide-Funktion, berechte das mal um. Und da möchte ich das Delta, das wir jetzt schon haben, durch die Vergleichsperiode dividieren. Und dem gebe ich jetzt einen Prozentwert. Und voilà. Wenn wir das Ganze jetzt noch in einem Liniendiagramm darstellen wollen, dann kann ich einfach Folgendes tun. Ich öffne mir mal so ein leeres Liniendiagramm, so einen leeren Canvas. Und normalerweise arbeite ich für Achsenbeschriftungen, Legenden, Zeilen, Spaltenbeschriftungen immer nur mit Dimensionswerten. Also immer nur mit Werten aus Dimensionstabellen. Das Problem ist, da wir hier zwei Dimensionstabellen für das Datum haben, aus denen Filtern kommen, kann ich keine davon verwenden. Ich kann dir zeigen, warum, bevor ich das lange erkläre. Ich nehme jetzt einfach mal aus der Kalendertabelle, das heißt, Datum hier auf die x-Achse, und hole mir hier die beiden Werte. Und du siehst, es sind jetzt sehr stark abweichende Werte, aber ich habe jetzt hier die Kalendertabelle genommen, die ja den Wert aus Periode 1 filtert. Und Periode 1 ist die blaue Linie hier unten. Und auch wenn die ziemlich auf Null aussieht, das hier sind 941, 417, 177, 837. Ich hoffe, du siehst, dass ich hier immer diesen Tooltip hier ablese. Also das sind schon sehr verschiedene Werte, die tauchen jetzt hier nur als Nulllinie auf, weil es im Vergleich zu 0,6 Millionen steht. Aber der Wert hier oben, 542.784, der ist egal, wohin ich mich bewege, konstant. Siehst du das? Der zweite Wert der Vergleichsperiode wird durch den Filter von der Datumsspalte aus der Kalendertabelle nicht gefiltert. Wenn ich das jetzt umkehre und sage, ich nehme den nicht aus der Kalendertabelle, sondern ich nehme den aus der Vergleichsperiode, dann haben wir genau das, insofern es im richtigen Feld landet, umgekehrt. Jetzt haben wir den Vergleichsperiodenwert hier unten immer so, dass er sich ändert. 471, 700, du siehst, 126. Und der obere ist immer konstant 481, 261. Also immer der Gesamtwert über alles, ohne dass der hier gefiltert würde. Das funktioniert an dieser Stelle nicht. Das, was ich hier tun muss, ist, ich muss das Datum aus der Fakten-Tabelle nehmen und hier auf die x-Achse ziehen. Und siehe da, ich ziehe das hier mal auseinander, dann sieht man es besser. Guck dir das an. Jetzt kann man hier sehen, wie diese beiden Perioden quasi aufeinander zulaufen und sich in die Arme nehmen. Juhu. Nein, Spaß beiseite. Hier kannst du die beiden Perioden jetzt vergleichen und eben hier saisonale Schwankungen sehen. Wobei das hier natürlich ziemlich schwer wird, da Unterschiede zu erkennen. Aber hier oben hast du immer den equivalenten Zahlenwert dazu, der dir das wiedergibt. Ja, also ich bin froh, dass diese Frage von Mili kam. Das ist sicherlich ein interessantes Szenario hier. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es für jemanden, der in Power BI gerade eingestiegen ist, eins ist, das nahezu unlösbar ist, weil was soll man da googeln? Ich glaube, das war auch die Aussage von Mili. Ich habe schon überall gegoogelt und nichts gefunden. Deswegen hoffe ich, dass das die Lösung ist. Mili, dir schicke ich die Beispieldatei natürlich per Mail an alle anderen, die das gerne haben wollen, Newsletter-Abonnenten auf meinem Blog. Kriegen die gratis dazu. Und dann sage ich danke für eure Zeit. Und bis bald.